Du willst also gewinnen? Ja, alles klar, bereit? Los, du schaffst das! Los! Warte, was? Sorry, Bro, aber scheint, als hättest du verloren. Der Nächste, bitte. Ladies first, komm schon, sei nicht schüchtern. Oh, junge Dame, bist du bereit, Süße? Unglaublich, wir haben unsere Gewinnerin. Glückwunsch, Liebes, jetzt mach es auf. Ja, Liebes, dein neues Zuhause wartet auf dich. Wow, unglaublich. Ist das echt oder träume ich? Oh, anscheinend nicht. Dieser Ort ist riesig. Und es gibt hier so viel zu tun. Ich brauche etwas Hilfe. Liebster, ich brauche hier deine Hilfe. Wirklich? Ich komm schon. Sorry, Babe. Hi, um was geht's? Dieses Schlafzimmer, siehst du? Ich kann so nicht wohnen, es muss renoviert werden. Kannst du mir helfen, bitte? Ich meine, klar, kein Problem. Los geht's. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen. Da hast du recht. Wir brauchen das nicht mehr. Gut gemacht. Das ist so aufregend. Und was jetzt? Wie gesagt, alles muss raus. Los, bringen wir es raus. Der schwierigste Teil ist vorbei. Jetzt kann der Spaß beginnen. Wir streichen also toll. Ja. Aber komm erst mal her, meine Schöne. Es gibt eine Sache, die ich dir schon so lange sagen wollte. Hä? War nur ein Scherz. Gib mir das. Ich habe eine Idee. Bitte bleib stehen, es dauert nicht lange. Fertig. Oh, du siehst wunderschön aus. Danke, das ist so lieb von dir. Und noch ein Teil? Hier. Ich habe auch eine Idee. Oh mein. Das ist so lustig. Schau dir dein Gesicht an. Wie wäre es denn damit? Oh, du bist so albern. Das war lustig, aber sollen wir weitermachen? Sicher. Gut, los geht's. Und, wie gefällt es dir jetzt? Es ist toll, aber wir brauchen noch ein paar Möbel. Ups. Oh mein Gott, so teuer. Das hier sieht gut aus. Ja, das passt perfekt. Wow, bestellen wir es. Danke, ich hab's. Perfekt. Jetzt schau. Das kommt hier hin. Und wir brauchen noch eine, damit es eine totale Basis für ein Bett wird. Vergiss das hier nicht. Oh cool, danke man. Das können wir auch gebrauchen. Schicht für Schicht decken wir das alles ab. Und jetzt der Hauptteil. Oder besser gesagt, Teile. Hammer. Aber eine Sache ist da noch. Dafür haben wir ja diese Schönheiten gekauft. Wir müssten sie nur abdecken und ganz eng zusammenkleben. So. Jetzt mal sehen. Fabelhaft. Aber es wird kalt hier. Keine Sorge, Süße. Das wird dich aufwärmen. Oh, danke. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Ist das nicht wunderbar? Ja, schön und gemütlich. Und nun auch sehr romantisch. Oh. Oh, wer ist das denn? Licht, bitte. Hier ein Paket, Frau Lein. Oh, das ist aber schwer. Danke. Hä? Ein Paket? Ja, und da ist etwas sehr Großes drin. Was? Was soll dieses Ding hier? Oh, das ist meine Lieferung. Ich habe sie total vergessen. Es ist für einen Stuhl. Bring es bitte dort an. Sicher. So? Genau. Und jetzt decken wir es ab. Es sieht so schön aus. Besonders mit dem hier. Komm schon, setz dich hin. Wow, so schön. Ich wusste, dass du es lieben würdest. Aber das ist erst der Anfang. Ich liebe dieses Schlafzimmer jetzt schon. Nein, es gibt noch so viele Dinge zu tun. Zum Beispiel das hier. Schau. Oh. Ups, entschuldige. Hier, es sieht vielleicht langweilig aus. Aber wer sagt, dass wir dem Ganzen kein cooles Design verpassen können? Und es ist ganz einfach. Zuerst abkleben, dann einfärben. Cool, du bist ein Genie. Ich habe das mal auf YouTube gesehen. Du wirst es lieben, versprochen. Jetzt zieh es ab. Hammer. Und so bunt. Wow. Wunderschön. Du hast dich echt selbst übertroffen. Ja, Liebes. Und jetzt fehlen nur noch ein paar Bilder an den Wänden. So schön. Warte, was? Ich brauche einen Kleiderschrank. Für das hier? Kein Problem. Es ist total einfach. Und alle nötigen Materialien sind schon hier. Jetzt schau dir das an. Tada. Oh. Fantastisch. Jetzt kann ich all meine Klamotten aufhängen. Du bist mein Held. Du hast mir wirklich den Tag versüßt. Wow, das muss ich in mein Tagebuch eintragen. Also, wo waren wir? Oh, mein Schatz. Oh, na gut. Ich bringe es eben selbst zu Ende. Hey, aber ich habe keinen Platz für diese Bücher. Oh nein. Aber vielleicht helfen die hier. Ja, aber ich muss sie erst ansprühen. Gelb ist wirklich die beste Wahl. Also, kommt her, meine Süßen. Ausgezeichnet. Warte, was? Wow, unglaublich. Nur, ich würde es ein bisschen anders machen. So etwa. Jetzt ist es so viel praktischer, oder? Und, gefällt es dir? Oh, schön. Aber wir brauchen noch Vorhänge. Wow, bist du sicher? Vielleicht sollte ich das machen. Oh, 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 oh. Hab dich. Vorsichtig. Du könntest dich verletzen. Oh, danke. Das würde ich nur ohne dich tun. Oh, Mann. Sie hat mich geküsst. Vielen Dank, dass du gekommen bist und mir geholfen hast. Das war so toll von dir. Tschüss. Perfekt. Jetzt ist alles erledigt. Äh, warte mal. Oh nein, sie braucht mich nicht mehr. Home, sweet home. Home, das ist das beste Design, das ich je hatte. Ich muss zugeben, er ist wirklich talentiert. Du hast echt großes Glück gehabt, Mädchen. Genieße es. Oh, oh, aber was ist das? Ein Buch? Komisch. Oh nein, es ist ein Tagebuch. Mein Gott, wie konnte ich ihm das nur antun? Wie konnte ich ihn nur gehen lassen? Warte. Wow, das kann nicht echt sein. Ist es hier? Ja, das ist wirklich wie ein Traumhaus. Ist da jemand? Wer ist da? Ich bin da. Oh. Ist das deine Werbung? Ich will dieses Schloss kaufen. Nein, du musst gehen, bevor... Freches Blut. Endlich ist er nicht süß. Oh ja. Ignoriere sie einfach, ich verstehe es selbst nicht. Komm schon, hab keine Angst. Hier, das wird dein neues Zuhause. Ershaft? Niemals. Nein, warum nicht? Oh, ich hab's. Gib mir einen, nur eine Sekunde. Ich kümmere mich darum. Hey, Hundchen, wach auf. Begrüße unser neues Familienmitglied. Ach, herrje. Keine Angst, der ist ganz lieb. Schau. Wer ist ein guter Junge? Wer? Willst du einen Knöpster? Ja, hol ihn. Meiner, er gehört mir. Er hat ihn, guter Junge. Aber wo waren wir? Ach ja, dein neues Zuhause. Zuerst beseitige mir das ganze Chaos hier. Und im Inneren? Bläh, wie geht das? Stinkt. Ich schätze, ich hätte es wenigstens einmal im Jahrhundert putzen sollen. Hm, Opa? Er nicht. Der Welpe liebte ihn. Was noch? Das auch raus. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Eigentlich ganz nett hier. So, fertig. Jetzt rein mit dir. Ah, ich soll hier leben? Nein, es ist unheiblich. Ist es nicht. Oh, er ist so süß, wenn er schläft. Süße Träume schlafen, mein Junge. Was sollen wir tun? Ich mag weiß nicht. Lass es uns ändern. Das geht ganz schnell, glaube ich. Hä, was? Stopp, stopp. Oh, blödes Spray. Wow, ich kann es nicht fassen. Unglaublich. So glatt und schwarz wie die Nacht. Hm, aber was nun? Oh, ich weiß was. Dieser Schleier passt perfekt. Toll, und jetzt? Oh Gott, ich kann das nicht. Ich brauche etwas Scharfes. Genau, tolle Idee. Ich habe schon ewig nicht mehr mit ihnen gespielt. Aber sie sind so gut wie neu. Los geht's. Komm schon, Stück für Stück. Der Schaft. Jetzt hast du auf Wunsch auch etwas Privatsphäre. Danke, Messerchen. Aber warte mal. Ja, du und dein Bruder werdet hier oben ganz toll aussehen. Cool. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Hey, hey, hey. Geht da. Es ist so cool hier. Komm schon, fang mich. Nein, 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 nein. Halt. Aua. Oh je. Habe ich doch gesagt. Hilf mir. Ich stecke fest. Ach, Kleiner. Hier. Und jetzt lass uns schöne Deko basteln. Ich liebe Fledermäuse. So glänzend. Ja, liebes, du wirst diese Stern-Deko vervollständigen. So. Ach, sieht das nicht bezaubernd aus? Hä? Was? Mir ist langweilig. Hier, lass uns draußen spielen. Komm, komm mit mir. Aber geht nicht so weit weg, Kinder. Und ich werde ... Hä? Warum ist es ja so dunkel? Nein, das geht nicht. Aua, mein Kopf. Nein, das ist zu gefährlich für ein Kind. Ich muss es reparieren. Ups. Oh, ich habe eine Idee. Das neue Haus braucht ein Fenster. Also bauen wir eins. Und es sollte natürlich zum allgemeinen Stil der Burg passen. Ich glaube, die Form ist fertig. Vermalen wir es nun in bunten Farben. Das hier sieht schön aus. Fabelhaft. Jetzt können wir endlich das Bild auswählen. Ich habe dieses ausgewählt. Fertig. Jetzt lass es uns anbringen. Ja, hier wird es perfekt aussehen. Letzte Kontrolle. Autsch, meine Augen, meine Augen. Das habe ich nicht erwartet. Hä? Du? Upsi, aber es hat Spaß gemacht. Böser Hund, sehr böse. Ich werde ihn später bestrafen. Jetzt? Ach, was ist denn da? Oh, ich dachte, ich hätte sie verloren. Und hier sind sie. Das Hündchen muss sie hier versteckt haben. Aber was soll's. Das Kind wird seine schönen Lichter lieben. Toll. Eine weitere Sache ist erledigt. Ich habe etwas Durst. Hä? Leer? Na klar. Ich kann das auch für die Dekoration verwenden. Den oberen Teil brauchen wir nicht. Nur den Boden. Und wir machen ihn schwarz. Und jetzt die Flügel. Von meinem absoluten Lieblingstier. Es wird, es wird, es werde Licht. Haha. Mehr Licht könnte ich sagen. Nur mit mehr Stil. Die letzte. Perfekt. Hä? Du bist hier? Aber was machst du da? Lass mich das abnehmen. Ich habe Hunger. Hast du etwas zu essen? Hunger? Na klar, warte kurz. Ich werde dir ein echtes Dinner für Champion arrangieren. Ich muss etwas improvisieren. Aber es könnte das beste Essen deines Lebens werden. Hier sind die Teller. Und ich sorge für etwas Atmosphäre. Man sagt, das ist gut für die Verdauung. Und mein Lieblingsteil war nur ein Scherz. Das ist ein Saft. Die Augen. Die haben mich als Kind geliebt. Und eine Zombie-Hand. Köstlich. Oh ja. Und hier ist dein Sitz. Weich und gemütlich. Wo ist er? Oh, hier bist du. Komm, lass es dir schmecken. Wie geht? Das ist ja gruselig. Wow, Chips. Ich liebe Chips. Hä? Welche Chips? Wo willst du denn hin? Diese Chips. Und sie sind wirklich lecker. Ich könnte sie den ganzen Tag essen. Ach gut. Lass es dir schmecken. Hey, schau mal. Das ist meine Lieblingsfigur. Wow. Und hier ist meine Lieblingsfreundin. Aber ihr Gesicht, das ist ja gruselig. Was? So ein hübsches Gesicht. Aber schau, siehst du nicht, dass sie unheimlich ist? Hä? Wirklich? Nun, ich weiß, wie wir das lösen können. Wir decken sie einfach zu. Hm, jetzt sieht sie seltsam aus. Aber das ist okay. Ich hänge sie hier hin, damit du sie jeden Tag sehen kannst. King, du machst mir Angst. Es ist so langweilig hier. Langweilig? Hm, lass mich nachdenken. Ich hab's. Das würde dich eben nur aufheitern. Ähm, nur, ähm, eine Sekunde. Hä? Was? Oh, ich weiß. Das ist eine Antenne oben. Oh ja. Wie konnte ich das vergessen? Das sollte nicht schwer sein. Ich muss nur nach oben kommen. Oh, ich schaffe das nicht. Na gut, jetzt bin ich wütend. Dann eben auf altmodische Art. Eins, zwei, los. Das war's. Jetzt kann ich es endlich reparieren. Sehr gut. Jetzt können wir in Ruhe fernsehen. Ich hab es repariert. Wie gefällt dir das hier? Ein Klassiker, hä? Oh nein, das schau ich nicht. Das hier macht mir viel mehr Spaß. Was? Ich hab es umsonst repariert? Äh, äh, ich bin so müde. Oh, armer Junge. Sicher, schlaf ein bisschen. Ich muss zugeben, dass ich auch etwas müde bin. Ja, ich werde mich auch etwas ausruhen. Was? Nein, geh weg. Dieses Bett gehört jetzt mir. Na gut, nimm es. Ich bin so müde, dass ich buchstäblich überall schlafen kann. Siehste, Träume. Was zur Hölle. Oh. Neun Scherz am Montag. Hä? Bis dann. Oh, oh. Oh, nein. Ich rette dich. Ich hab dich, Mädchen. Danke. Gern geschehen. Hey. Das ist mein Freund. Komm schon, Schatz. Oh, gemeine Göre. Dir werde ich's zeigen. Das bedeutet Krieg. Oh, mein hübscher Prinz. Meine Augenweide. Bald bringe ich dich nach Hause. Oder vielleicht jetzt? Mein Liebling. Mein Herz gehört dir und deines gehört mir. Für immer. Ich muss das verstecken. Wo kann ich es sicher aufbewahren? Oh. Hm. Aha. Da oben sieht es sicher aus. Das ist zu hoch. Ein bisschen noch. So ein Mist. Aber. Warte mal. Das ist es, was ich brauche. Sie hat sicher nichts dagegen. Perfekt. Los geht's. Diese Absätze machen mich größer. Zumindest in ein paar Zentimeter. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Geschafft. Cool. Oh. Oh nein. Oh. Er hat sie geküsst. Sie braucht Hilfe. Hab dich. Hä? Alles okay, Babe. Ja, danke. Was ist das für ein Geruch? Was? Knoblauch? Ekelhaft. Bleib weg von mir. Ach. Tschüss. Aua. Was ist denn los? Das ist doch nur Knoblauch. Zwei Äpfel, bitte. Hier, bitte sehr. Danke. Mein Held. Er sieht so gut aus. Lass uns essen, ja? Ich bin so nervös. Hi. Hm? Hi. Oh Gott. Er ist ein Vampir. Sch. Leise. Du weckst hier noch auf. Warum so laut? Oh, sorry. Warum? Was ist das für Zeug? So klebrig. Das? Es ist nur Tomatensaft. Natürlich ist es Tomatensaft. Kekse? Sicher. Hä? Deine Hand ist kalt. Heute ist es sehr kalt. Ich muss jetzt los. Oh, er ist so seltsam. Ich muss herausfinden, was es ist. Hm. Hm. Was machst du da? Ich muss meine Mathebücher holen. Es klemmt. Komm schon. Geh auf. Upsi. Ich bringe es besser wieder an. So eine Kraft. Mal sehen. Ich brauche eine Tarnung. Und repariert. Wie sehe ich aus? Cool. Was? Wer ist da? Lass mich mit kleinen Augen sehen. Nichts. Ich bin bereit. Psst. Schau dir das an. Ich hab was, das dir gefällt. Meine Nachmittagserfrischung. Besine dich. Oh, danke. Der Saft des Lebens. Warte mal, Kumpel. Wo ist das Geld? Sorry, hier. Behalte den Rest. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Gleichfalls. Lecker. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Was ist hier gerade passiert? Das gefällt mir nicht. Was könnte er sein? Schauen wir mal nach. Jetzt lass die Finger auf der Tastatur tanzen. Schnell und stark. Rotes Getränk. Kalte Hände. Verwandelt sich in eine Fledermaus. Vampir? Oh mein Gott. Er ist ein Vampir. Nein, nein, nein. Moment mal. Das ist so cool. Es ist irgendwo hier drunter. Da ist es. Das ist das Buch, das ich brauche. Vampir Makeover. Mal sehen, was da steht. Rote Augen, blasse Haut, Reichszähne und ein roter Umhang. Okay, los geht's. Los geht's. Aber nicht so. Das Gesicht ist wieder sauber. Oh, das sollte helfen. Blasse Haut ist auf dem Weg. Toll. Blass, aber süß. Und blasse Haut, check. Und jetzt rote Augen. Wie bekomme ich das hin? Oh, ich weiß es. Ich habe eine tolle Sammlung. Welche wird es? Aha. Sie müssen in dieser Hülle sein. Da sind sie ja. Gott segne mich. TikTok-Zeit. Los geht's. Shazam. Cherry-Cola-Augen, die die Seele durchbohren. Voila. Glänzende Twilight-Zähne. Zip, zop, subidi-bop. Wunderschöne Gothic-Glocken. Ich liebe es. Aha. Husten. Ah. Was? Oh nein. Es ist immer noch blond. Hm. Oh, ich habe eine Idee. Dieses Haarspray ist der Hammer. Ein paar Spritzer hier und da. Du bist mein Held. Mua. Sehe ich jetzt vampirhaft aus? Oh. Das ist nicht gut. Ups. Ich muss mein Outfit ändern. Irgendwelche Ideen hier. Oh, Opa. Zeit für ein Snack. Lecker. Wow. Mein Sandwich. Danke, Opa. Oh. Ein leckerer Bonus. Karierter Flanelle ist süß für ein Kleid. Ein neuer ausgefallener Vampirstil. Zeit für meinen großen Auftritt. Hey. Was geht? Ich bin's. Mein neues Ich. Was zum? Wow. Das ist eine heiße Braut. Was hast du gesagt? Nichts. Wow. Autsch. Was ist gerade passiert? Mein Make-up. Du bist ein Loser. Hey. Oh. Hör auf, bitte. Du, Zerstörerin, hau ab. Aua. Aber, aber. Sie ist verletzt. Nein. Sag es ja nicht. Bleib zurück. Autsch. Du musst leiden. Vampire kennen keine Gnade. Was? Nein, nein, nein. Stopp. Geh weg. Hey du. Komm zu mir, wenn du dich traust. Lass mich los. Komm her. Komm schon. So ist es gut. Alles gut. Jetzt wird sie dir nichts mehr antun. Danke. Danke. Du hast mich wieder gerettet. Weiß mich. Hey. In der Schule wird nicht geküsst. Raus mit euch. Okay, Sir. Okay, Sir. Kinder. Das war knapp. Was nun? Ich weiß schon. Party. Party. Raucht. Also, wer wird es werden? Ich? Süß. Nicht schlecht. Ich komme, Baby. Warte auf mich. Hier bin ich also. Oh je. Glückspilz. Bist du sicher? Ach du meine Güte. Küsse führen zur Schwangerschaft? Ach, Herr Jers. Du bist so süß. Aber warte. Da wächst was in mir. Ich bin schwanger. Es ist soweit. Es ist soweit. Ich halte das nicht aus. Lauf. Upsi, das war unerwartet. Ich sollte besser auch wegrennen. Hier sind also die Snacks. Weg da. Oh, du bist schwanger? Nein. Bitte sag Mama nichts. Sie ist schwanger? Halt die Klappe. Halt einfach den Mund. Schätzchen, ich bin zu Hause. Oh nein, sie ist hier. Bitte tu was, irgendwas. Nun, ich bin nicht wirklich gut darin. Endlich. Jetzt brauche ich Papier. Oh ja, das ist schön. Und jetzt meine Hände. Gründlich waschen. Genau so. Oh, so geht das also. Sieht gut aus. Ich möchte es nochmal sehen. Nein, ernsthaft schon wieder. Also gut. Nicht schön und nicht langsam. Und etwas Papier. Unglaublich. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Oh doch. Wie bitte ist das möglich? Nochmal. Hör einfach auf, hör auf, bitte. Hey, was ist denn los? Und nochmal, nochmal, nochmal. Nein, nein, nein. Was machst du mit mir? Klopf, klopf. Was? Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Sonst. Upsi. Sonst verschütte ich etwas. Okay, okay. Sie gehört ganz dir. Hm. Noch ein saftiger Hotdog. Aber wie viel habe ich schon zugenommen? Finden wir es heraus. Aber ich kann nichts sehen. Das ist unerträglich. Aber ich habe eine Idee. Und wenn ich es auf diese Weise versuche? Mal sehen. Was? Das gibt's nicht. So viel jetzt schon? Oh nein, ich bin fett. Es sei denn, ich versuche es auf andere Weise. Fledermaus. Jetzt wiege ich mich als Fledermaus. Gefällt mir schon viel besser. Das ist genial. Und ich kann auch einen Hotdog essen. Mh, so lecker. Jetzt ist es etwas Zeit zu schlafen. Was ist das? Das Baby? Oh nein, ruh dich aus. Bitte. Ach, komm schon. Such dir ein Plätzchen, wo du endlich mal schlafen kannst. Das macht mich verrückt. Was will dieses Kind? Oh, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, es sich bequem zu machen. Aber sicher doch. Mal sehen. Sicherheit geht immer vor. Brille aufsetzen. Und den Schnorchel auch. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Bereit, los. Was? Wo ist es? Ich brauche das mehr als du. Du wirst es nicht vermissen. Tschüss. Oh, jetzt ist es so gemütlich. Für mich und für das Baby. Hey, Schätzchen. Oh, Mann. Ich wollte... Mama, nein. Es ist nicht so, wie du denkst. Schätzchen, bitte vergiss das nicht. Gib es zurück. Oh, hi, Mama. Hä? Ach, was soll's. Viel Spaß. Tschüss, Mama. Ich muss meine Beine rasieren. Oh, schon wieder. Aber mit meiner neuen Schönheit schaffe ich das ganz leicht. Los geht's. Ach, komm schon. Oh, nein. Ich komme nicht dran. Ich glaube, ich brauche ein paar zusätzliche Hände und ich weiß, wo ich sie finden kann. Hier bist du. Komm her. Ich habe einen Job für dich. Oh, na gut. Nimm das und lass nichts aus. Hey, Schatz. Oh, mein Gott. Was machst du da? Hi. Nur eine Schönheitsbehandlung. Hi, Mama. Igitt. Ich komme besser ein anderes Mal. Oh, blöde Tür. Puh. Sie ist weg. Ich glaube, das war's. Igitt, lass mich mal sehen. Hey, das war nur ein winziger Fleck. Alles muss entfernt werden. Alles. Verstanden. Ich habe eine andere Idee. Wir können die hier benutzen, aufkleben und abreißen. Was? Upsi. Aber es funktioniert. Jetzt ist alles schön glatt. Kein einziges Haar mehr. Ja, sieht toll aus. Aber ich habe noch ein Bein. Siehst du? Also, kümmere dich um den Rest. Oh, endlich habe ich Zeit für mich. Was? Schon wieder? Hey, Mama. Ich will etwas zu essen. Ach, schon gut, mein Schatz. Hey, Butler. Ich brauche was zum Essen. Ja, Fräulein. Bitte sehr. Cool. Oh, sie will das essen? Nein, nein, nein. Das ist ekelhaft, Mama. Igitt. Ich will das nicht. Igitt, igitt. Mh, lecker. Hä? Was? Autsch. Wow, so viel Essen da draußen. Probieren wir alles. Das, das hier und ein Tropfen von dem hier. Aua, aua, aua. Nicht so schnell. Immer mit der Ruhe. Ketchup, Orangengurken und was Süßes. Mh, sieht lecker aus. Sie wird wirklich alles essen. Oh, Mann. Oh, nein. Sie ist so einsam ohne ihn. Er hat dir wirklich das Herz gebrochen. Die arme, arme Kitty. Ich sammle das auf. Tränen, Martini. Trocken. So bitter, süß und lecker. Hm. Weine mir einen Fluss und es wird der Himmel. Du bist so grausam. Ich verlasse dich. Oh. Oh, nein. Es passt nicht mehr. Ich bin so fett. Butler. Oh, nur eine Minute, meine Liebe. Hier, alle deine Kleider. Endlich. Mal sehen, ob ich noch etwas zum Anziehen habe. Sicher, Liebes. Lass dir Zeit. Das hier? Nein, zu eklig. Aua. Wirklich? Schwarz? Nein, das nicht. Nein, nein, nein. Junge Dame, sei nicht so unordentlich. Das hier auch nicht. Ich habe nichts zum Anziehen. Hm, lass mich nachdenken. Aha, ich hab's. Ich nehme einfach zwei Hemden und kombiniere sie. Jetzt probiere das an. Oh. Wow, Hammer. So schön und gemütlich. Und genau die richtige Größe. Komm her. Jetzt können wir endlich zusammen einkaufen gehen und viele schöne Bilder machen. Mal sehen, wie es unserem Baby heute geht. Aha, sie ist so ein süßer kleiner Teufel. Mal sehen. Ach du, meine Güte. Hey, Süße. Benimm dich. Ich hasse Menschen. Nein, nein. Es ist Zeit für dich rauszukommen. Ich muss nur pressen. Pressen, meine Liebe. Pressen. Ich bin bei dir. Pressen. Mal sehen, wie es da unten läuft. Oh, das ist etwas, das ich nie wieder vergessen werde. Erbärmlich. Komm schon, ignoriere alles. Pressen. Oh, hallo, mein Schatz. Diesen Moment darf ich nicht verpassen. Ich werde ihr raushelfen. Nein, fass mich nicht an. Du wirst für all das büßen. Lass mich einfach. Oh, nein, nein, nein. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid, Liebes. Nein, ich flehe dich an. Feuer. Oh, mein Schatz. Oh, meine kleine, hübsches Ding. Oh, meine Hand. Oh Gott, hier ist sie. Alles wird gut. Danke, mein Schatz. Was für ein schöner Tag, um schwanger zu sein. Und um die Sache aufzupappen. Ein bisschen Aufregung. Cool. Ich will meinen auch knallen. Und los. Was zum. Schau mal. Es ist das Geschlecht. Ich bekomme einen Jungen. Ist das eine Fledermaus? Weg von mir. Was ist mit dem Boden los? Inakzeptabel. Mir reicht's. Ihr zwei kommt ins Gefängnis. Nein, nicht ins Gefängnis. Was ist denn los? Lächelt, Insassen. Hier stinkt es. Meine Damen, wir machen ein Foto. Ohne Filter? Warte. Hilfe, bitte. Wer benutzt die überhaupt noch? Willkommen im Jahr 2024. Verstanden. Viel besser. Aber dieser Hintergrund. Butler. Ich weiß schon. Lassen wir es regnen, Baby. Wie auch immer. Du bist bereit. Hier kommt der Sturm. So viel Geld. Ich bin eine Million wert, Schätzchen. Fertig. Die nächste. Hier entlang, bitte. Danke. Bin ich dran? Ja, hier stehen. Mal sehen. Kein Filter. Das war seltsam. Vergiss es. Ich werde dein Foto einfach skizzieren. Ich bin kein Picasso, aber man sieht die Ähnlichkeit. Fertig? Sehr gut. Ich bin dann mal weg. Oh. Diese Zelle ist schöner, als ich dachte. Sehr gut. Ich habe sogar einen Samtstuhl. So gemütlich. Oh nein. Das Baby bewegt sich. Ich hab Hunger. Ich sollte wirklich etwas essen. Ich hab Hunger. Gibt es hier in der Nähe was Gutes? Komm schon, schneller. Interessant. Gut, dass du da bist. Hast du eine Pizza bestellt? Na klar. Blödes Gitter. So. Endlich. Ich hoffe, sie ist noch heiß. Und so viel Peperoni. Warte. Ich habe meine Meinung geändert. Ich glaube, ich will was Süßes. Das wird so gut. Was willst du, ha? Deine Bestellung ist da. Lass es dir schmecken. Toll. Das ging aber schnell. Danke. Wo ist der hin? Da bist du ja. Danke. Sie hat einen Bikini an. Ketchup. Das sieht auch so gut aus. Es ist Snackzeit, Baby. Keine Ahnung, warum sie es nicht gleich so anbieten. Und ich bin noch nicht fertig. Schon besser. Die Pizza meiner Träume. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Einen großen Monsterbiss nehmen. Oh ja. Ich haue rein. Das war die beste Pizza aller Zeiten. Köstlich. Fertig. Aber ich habe noch Hunger. Das reicht noch nicht. Herr mit Pizza Nummer zwei. Ich bin bereit für dich. Sardinen. Ekelhaft. Das ist Fisch. Nein. Warum muss mir so etwas passieren? Weg damit. Was ist das? Eine Pizza? Das ist das einzige Essen hier drin. Zeit zum Reinhauen, schätze ich. Es riecht nicht gut. Ich habe eine Idee. Irgendetwas? Hier vielleicht. Bingo. Wir haben Sonnenlicht, Leute. Was keine guten Nachrichten für mich sind. Oh. Oh. Das reicht jetzt aber. Es muss noch etwas anderes geben. Was ist das? Scheint verdächtig zu sein. Hier ist nichts. Wirklich? Ich wusste es. Ein geheimer Vorrat. Wer auch immer zuletzt hier war, war ein Genie. Das ist schon viel besser. Komm zur Mama. Je mehr Ketchup, desto besser. Das wird so lecker werden. Was für ein Meisterwerk einer Pizza. Double Trouble, Baby. Endlich. Hey, woher hat sie das? Was für ein Festmahl. Das ist der beste Tag in meinem Leben. So furchterregend. Was für eine Mahlzeit. So sättigend. Der Käse ging direkt durch mich durch. Ich werde explodieren. Wo ist die Toilette? Hä? Die Toilette? Da. Okay. Schau bitte nicht hin. Ich bin fast da. Das gibt's doch nicht. Und dieser Gestank igiert. Nein. Nein? Dann los. Wow. Okay, so ist es viel besser. Oh. Hallo? Raus. Nun, okay. Ich muss so dringend. Ist das die Toilette? Das ist inakzeptabel. Du kannst die hier benutzen. Das kann doch nicht wahr sein. Kein Klopapier. Na gut. Ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Oh, Herr Polizist. Sieh mir die Augen. Ja, Meister. Hier entlang. Das hat ja super geklappt. Puh. Was für eine Erleichterung. Ich habe eine Milkshake. Der ist für dich. Cool. Mh. Das ist lecker. Oh, oh. Das Baby. Es bewegt sich. Ah. Ah. Das Baby. Es ist gleich soweit. Es kommt. Das Baby. Nun, lass uns ins Krankenhaus fahren. Das tut so weh. Wo ist der Arzt? Keine Panik. Ich bin hier. Du bist in guten Händen. Okay. Schauen wir uns das mal an. Okay. Mal sehen. Und? Hol mich hier raus. Das ist sie? Was? Es ist Zeit zu pressen. Äh. Tut sich was? Ich hab's. Ja. Puh. Was für eine Erleichterung. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke, Herr Doktor. Oh. Viel Glück. Danke fürs Kommen. Wer bist du? Noch ein Baby? Kannst du mir mal helfen? Das kostet, Fräulein. Okay. Warte. Das ist alles, was ich habe. Mal sehen. Soll das ein Scherz sein? Wovon redet er? Pressen. Pressen. Der Hausmeister entbindet mein Baby. Oh. Puh. Ich hab es geschafft. Was ist das? Hä? Tschüss. Ich liebe dich. Okay. Ich kann das. Ich muss nur entsprechend aussehen. Und zu guter Letzt. Jede Menge Koffein. Ah. Schön. Wir können alte Menschen dieses Zeug trinken. Zeit, die Schule zu verändern. Dafür sind die Kinder sicher nicht bereit. Der neue Direktor ist da. Und sieht gut aus, finde ich. Prinzipien? Ich glaube nicht. Was? Puh. Ich hab eine bessere Idee. Dieses Porträt wollte ich schon lange upgraden. Nö. Das reicht nicht. Bip, bip. Jetzt weiß jeder, wer hier das Sagen hat. Der große Skateboarder sieht euch. Was? Hey. Ich pinkel hier. Was haben wir hier? Boom. Und eins für dich. Hä? Bitte sehr. Was? Direktor? Hä? Was? Wer ist der denn? Oh. Seid mal. Hi, Leute. Ich bin der neue Direktor dieser Schule. Ernsthaft? Hä? Und? Puh. Okay. Regel Nummer eins. Keine Kleiderordnung mehr. Gesagt, getan. Hä? Das ist super. Timmy, du bist so cool. Klasse. Aber ich bin Hausmeister. Na, nun gut. Sehr schön. Wonach riecht es hier? Kommt das aus der Schulkantine? Hä? Es gibt eine neue Regel. Kein Knoblauch, okay? Was? Was für eine Verschwendung. Okay, so weit, so gut. Moment mal. Was zur Hölle ist das? Zu viel Körperkontakt. Ach, das muss aufhören. Jetzt. Au. Nur Timmy küssen? Oh. Wie schade. Hm, viel besser. Oh nein. Timmy. Oh Mann, ich kann nirgendwo hin. Ja. Oh. Das war knapp. Haha, meine Lieblingssendung. Oh. Wie langweilig. Liebe Leute, heute lernen wir etwas über... Ich hasse es zu unterbrechen, aber das geht einfach nicht. Wacht auf. Hey, im Unterricht wird nicht geschlafen. Hm, das erinnert mich. So, das ist auch erledigt. Gut gemacht. Guten Appetit. Endlich. Endlich. Hm, das hat jetzt auch ein Ende. Ich glaube, wir servieren ab jetzt. Und die Veränderung gilt ab sofort. Augäpfel. Geht. Ich will mein Geld zurück. Wissen ist Macht. Seht euch den Burger an. Du gehörst mir. Sicher, dass du das essen willst? Hä? Hä? Am, 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 am. Was machst du? Ah, ha, ha, ha. Und weg. Ach ja. Lustig. Weit aufmachen. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Oh, ich sagte kein normales Essen. Verstanden? So, siehst du diesen Licht dort drüben? Das ist nur wegen dir da. Hä? Hä? Bitte tu das nicht. Ha, meine Arbeit hier ist getan. Weiter geht's. Das sind eine Menge Kniebeugen. Frische, knackige Bäckchen, würde ich sagen. Ihnen zuzusehen, mach mich schon. Durstig, natürlich. Ich muss da rein. Ich will diese wunderschönen Damen treffen. Besonders die da. Ich geh rein. Oh, sehr schön. Wow. Oh, hey Mädels. Hm. Entschuldigung. Ähm, mein Fehler, schätze ich. Sorry. Ich geh einfach hier rüber. Wie krieg ich so einen Hintern? Wie bei diesen Damen? Hm. Okay, Mädels. Mädels, lass uns das zusammen machen. Verschwinde einfach. Mädels, sieh mal. Dieser Hintern kann frischen Saft fressen. Ich hab noch nie solche Muskeln gesehen. Oh. Und? Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Eins. Ich bin fertig. Was macht ihr denn? Zeit für eine Veränderung. Fühlst du das? Und Kniebeutel. Ja, das seh ich doch gerne. Mach schon weiter. Kommt schon. Was ist da hinten los? Wow. Fühlt sich irgendwie gut an. Oh, nein. Oh, bitte nicht. Ups. Bis dann. Komm zurück. Ich komm nicht hoch. Mit großem Hintern kommt große Verantwortung. Was jetzt? So langweilig. Ja. Komm schon, komm schon. Ah. Na. Hä? Was ist da drin? Was ist da drin? Jetzt geht's um Geld, hm? Wow. Hat jemand einen Geld-Cheatcode aus Sims eingegeben? Jetzt kann ich kaufen, was ich will. Nicht neidisch sein. Legen wir los. Seht euch das an. Wette, ihr habt noch nie so ein cooles Zimmer gesehen. Und das Beste? Es gehört ganz mir. Und ich kann hier drin tun, was ich will. Ah. Los geht's. Ah. Mehr Spieler? Oh Mann. Aber ich kann nicht mit Leuten spielen. Außer. Stocken wir mal Leute, um zu sehen, wer mitspielen kann. Okay. Ich hab Zugriff auf die Kameras. Was macht dieses Mädchen überhaupt? Sie riecht an ihren eigenen Füßen? Was ist in der Küche los? Ist das der Koch? Es steht Schlagsahne, hm? Und die Klassenzimmer? Oh. Mary, Luna und Joe. Ins Büro des Direktors sofort. Kriegen wir Ärger? Oh nein. Endlich seid ihr da. Nun, spielen wir Leute. Oh. Yeah. Möge der beste Spieler gewinnen. Beziehungsweise Vampir. Mach euch platt. Wetten das nicht? Was? Warum jubel ich alle? Ich muss echt an meinen Spieltechniken arbeiten. Das werdet ihr bereuen. Das macht keinen Spaß. Wem sagst du das? Ich bin allergisch gegen Staub. Nun, das Spiel gewinne ich auf jeden Fall. Hahaha. Loser. Ich bin der Beste. Ja, keine Ahnung. Und er dann so... Hallo, Leute. Heute malen wir... Ach du meine Güte. Eww. Ja, ja. Seid nicht überrascht. Hahaha. Jetzt seht gut zu. Okay. Das schaffe ich. Mal sehen. Sieht interessant aus, Mädels. Aber ich sehe etwas ganz anderes. Seht euch nur das Ding an. Genau wie eine Königskrone. Ja. Seht mal. Ich bin so gut aussehend. Edward Cullen ist nix dagegen. Egal. Achtet auf die Details, Kinder. Und die Pose. Ja, ja, ja. Weg da. Hä? Ich glaube nicht. Hey, ich sagte weg da. Ja. Ich bin dran. Hä? Ich denke, es wird ausreißen. Dann fangen wir wohl von vorne an. Okay, mal sehen. Sie mögen mich. Was? Ich bin plötzlich so durstig. Oh, Junge. Das sieht so dickflüssig aus. Und rot. Wow. Wie das auf ihrer Hand aussieht. Ich brauche es. Hey, du hast dich bewegt. Ach, Mann. Überraschung. Was soll ich? Das ist kein Blut. Hat der gerade Blut gesagt? Was? Ist doch nur Farbe. Das ist deine Schuld. Clown. Ich skate nicht. Vorsicht. Du hast mein Gemälde ruiniert. Gut gemacht. Eins plus. Was? Vorsicht, Kinder. Dieser Test ist sehr wichtig. Hey. Psst. Oh, Mann. Ich schaff das nicht. Hm. Das war's. Die braucht ihr nicht mehr. Hey. Das ist mein Test. Hör zu. Einen schönen Urlaub, Herr Lehrer. Cool. Cool. Uhu. Danke. Was zum? Wir machen heute VR-Unterricht. Hier, Baby. Hä? Oh. Was ist das denn? Der Lehrer ist beschäftigt. End nicht ineinander. Wow. Wo bin ich? Ist das Essen? Warum komm ich nirgendwo an? Nimm das. Was war das? Ah, wie friedlich. Hier kommt das Crescendo. Hä? Was ist das? Wow, wie sie durch die Gegend rennen. Ups. Haha. Äh, seid vorsichtig. Äh, Leute, bitte seid vorsichtig. Ja? Leute. Er ist das Monster. Attacke. Hä? Wartet. Nein. Holt dich. Holt ihn euch. Oh, Mann. Das war knapp. Ah. 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 Ich muss weg. Komm schon. Spring, spring. Hey. Was? Sie fahren in den Flur und Skateboard. Ich habe jede Menge Hausaufgaben. Bitte ändern Sie das. Ah. Okay. Keine Regeln mehr. Hä? Klasse. Geben Sie das her. Hey. Oh, keine Regeln. Das ist super. Keine Regeln mehr. Spring auf. Wuhu. Wuhu. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Weg mit dem Zoppen. Nimm das. Oh, ich bin cool. Keine Regeln. Zeit, meine inneren Mikasos rauszulassen. Das ist der beste Tag der Zeiten. Wuhu. Treffer. Ich habe es geschafft. Ah. Meine Lieblingssendung. Was halten Sie von Schönheits-OPs? Ja, das ist alles natürlich. Und die Hauptfrage, wie viel haben Ihre Lippen gekostet? Hä? Wir können Sie es wagen. Ah. Ah. In einer Schule im Süden der Stadt greift das Chaos um sich. Unser Reporter ist da. Hi, Sam. Hallo. Hier ist es. Verrückt. Wir senden live von der Lala High School. Und so etwas habe ich noch nie gesehen. Oh. Ja, Timmy. Was machst du denn? Hm. 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 Oh. Das ist meine Schule. Hi. Mein Name ist Sam und ich habe eine Frage. Du bist also ein Pferd. Aus dem Weg. Hört auf. Mann. Die Rektor zur Seite ist schwer. Papa bringt mich um. Moment. Ich habe es. Ich bin doch schneller als der Flash. Ich muss rennen, bevor der Schultag vorbei ist. Hört auf. Was ist hier los? Wenn ich die Sache hier in Ordnung bringe, nehmen mich die Kandos bestimmt in ihr Baseballteam auf. Bleib schön sitzen. Seht's? Kein Finger kommt hierhin. Wie an einem normalen Tag. Weiter geht's. Das könnte etwas wehtun. Und was hast du vor? Ah, Sprengstoff. Verstehe. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Problem gelöst. Mach schön dein Geschäft weiter. Die Klobrille könnte aber etwas kalt sein. Bis dann. Oh oh. Spielen die Street Fighter oder so? Das ist ja ein Hadouken. Naja, keine Chance, dass das gut endet. Geweiht ist hier einfach nicht die Lösung. Boah. Hm. Gut gemacht. Die Farbe ersetzen wir durch diese Leckerei. Schön weit aufmachen. Voila. Wo bin ich? Klebeband. Ah. Was ist hier los? Moment. Fast dumm. Er wird explodieren. Sind wir jetzt Streber? Cool. Timmy. 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 Was ist hier los? Hä? Oh. Hallo, Papa. Ich schaue mich mal kurz um. Interessant. Sehr gut, Timmy. Jetzt wirst du für immer Direktor sein. Okay, ich kündige. Warte. Was? Tschüss. Nein. Ah. Oh, okay. Hey, willst du raus? Na gut. Oh, nein. Kotrot, kotrot, kotrot. Autsch. Frühstück ist fertig. Hallo, Emily. Ich will dein... Deine Wunde verbinden. Viel besser. Sei nächstes Mal vorsichtig, ja? Danke, mein dunkler Prinz. Ist so süß. Hallo, den Wettbewerb. Ich sollte mitmachen, um ihn zu beeindrucken. Fast vergessen, die Tür zu schließen. Oh, nein. Mein Vampirsinn schlägt an. Ich komme. Oh, ich lebe noch. Alles in Ordnung? Oh, ja. Komm her. Ich muss los. Danke. Oh, ist so toll. Oh. Mein bleicher Prinz ist hier. Hey. Hi, Timmy. Hi. Was ist das? Hä? Ist nur Tomatensaft. Probier mal. Tomatensaft. Lass mich dir helfen. Das war nett von dir. Danke. Es ist echt kalt heute. Ich muss los. Das ist so komisch. Zeit, das Puzzle zusammenzusetzen. Ich krieg das schon raus. Die weltbeste Detektivin. Nein, nicht der andere Fledermaus-Typ. Ich. Wer ist der? Trinkt Blut. Kalte Haut. Super Kräfte. Rote Augen. Super schnell. Mal sehen, was dabei rauskommt. Okay, okay. Ich hab's. Er ist ein Vampir. Ich muss was tun. Ich hab's. Ich sehe was, was du nicht siehst. Schuhe. Und es beginnt mit V. Das war eine weiche Landung. Was du nicht sagst. Bringt eure alten Bücher in die Bibliothek. Ich hab das Gefühl, jemand beobachtet uns. Ich bin nur eine Pflanze. Gehen wir. Puh, ich muss ihnen folgen. Schon wieder Schule. Oh, ich hab solchen Hunger. Ich auch. Irgendjemand hier? Was ist das? Komm zu Mama. Was? Yes. Ah, run. Nein. Nein. Du Blutblockierer. Bleib da. Fass sie nicht an. Na gut. Nächstes Mal. Du. Emily. Fass mich nicht an. Emily, hör auf. Ich liebe dich. Aber ich bin ein Vampir. Das weiß ich. Aber ich bin bereit. Bist du dir sicher? Ja. Das könnte etwas wehtun. Was macht ihr da? Nichts. Egal. Party morgen. Kommt zu meiner Party. Okay. Ihr Verrückten. Meine Neugierde hat wieder gesiegt. Was ist da drin? Eine Ente? Schaut ihn euch an. Ich glaube, mein Herz ist stehen geblieben. Kann ich deins haben? Wow. Ich muss diesen Moment verewigen. Puh. Ist mein Handy kaputt oder so? Hä? Was ist denn hier los? Was? Ich recherchiere ein wenig. Sie ist ein Vampir. Ich habe eine tolle Idee. Ich werde mich optisch in einen verwandeln. Make-up. Das ist der erste Schritt. Um Erfolg zu haben, musst du die roten Flecken loswerden, Timmy. Hm. Ich habe zu viele Pickel. Ach. Ich muss was dagegen tun. Hm. Was haben wir denn da? Aha. Bingo. Ist das der richtige? Hm. Nur ein Stift? Hm. Ich weiß, was zu tun ist. Nenn mich Graf Hercula. Hahaha. Das ist, was ich brauche. Oh. Natürlich brauchen wir eine Nahaufnahme davon. Ihr findet das eklig? Schön füllen, Baby. Ihr dachtet, das wäre alles? Nein, ihr leben noch nicht ganz. Hahaha. Wow. Perfekt. Nächster Schritt. Ah. Hm. Dieser Typ sieht aus wie ein Geist. Ich brauche... Hm. Super blasse Haut. Hm. Was? Schneid es gerade? Es ist ein Schuppensturm. Hä? Huh. Genau. Ich glaube, ich habe ein Haarproblem. Ist aber, glaube ich, nichts Ernstes. Huch. Ich habe ein Gewicht verloren. Ah. Los geht's. Oh. 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 Hey. Blass wie der Mond. Haha. Also. Was ist der nächste Schritt? Rote Augen. Was kann ich dafür verwenden? Hey. Huh. Hey. Hm. Ich fordere dich zum Wettstarren heraus. Mich? Huh? Huh. Okay. Und los. Ah. Du hast keine Chance, Kleiner. Ich starre dir direkt in die Seele. Ah. Ich glaube, ich habe in die Hose gemacht. Es ist alles deine Scheut. Ah. Ach. Ach ja, Kackhose. Ah. Ah. Anfängerglück. Ah. Ah. Gewonnen. Oh. Oh. Meine Augen brennen total. Das war keine gute Idee. Hm. Hm. Mh, was? Verdammt. Wow, coole Augen. Und nun? Oh. Ich muss was essen. Los geht's. Was haben wir denn da? Mein Mittagessen. Danke, Mama. Lecker. Oh Mann, mein Traum wird wahr. Machen wir nicht lange rum. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Mh, sieht irgendwie leer aus, oder? Hm. Ich brauche saftigen Ketchup. Hm. Hm. Warum kommt da nix raus? Das muss ich mir genauer anschauen. Hey. Okay. Okay. Wie geht's? Was für eine blutige Sauerei. Moment mal. Haare? Rote Farbe? Schaut euch das an. Jetzt habe ich extra Soße zum Dippen. Hm. Und jetzt die Kleidung. Hm. Nicht der richtige Stil. Das muss ich ändern. Hm. Oh, schau her. Hm. Ja, das ist perfekt. Ich brauche eine schwarze Jacke. Mal sehen. Hm. Schwarze Jacke. Nein. Nein. Oh, cool. Ah. Danke. Lieferungen sind heutzutage wirklich richtig... Ah. Betrug. Hm. Hm. Das ist zu klein. Hm. Okay. Aha. Hab dich. Dann zeig mal, was du kannst. Wir müssen heißes Wasser zu den Nudeln geben. Schön voll machen, Leute. Ja. Jetzt müssen wir kurz warten. Eins. Zwei. Drei. Und. Oh. Fertig. Aha. Oh, cool. Wow. Schaut euch das an. Ha. Jetzt. Ich bin ein echter Vampir. Ich teleportiere, als gäbe es kein Morgen. Uh. Oh. Oh. Hallo, du blasser Prinz. Hm. Hi. Hi. Also. Wollen wir vielleicht auf ein Date gehen? Ich überleg's mir. Bis dann. Haha. Bis morgen. Gut, dann bereiten wir uns mal vor. Au. Das ist mein Lieblingsfinger. Ich rieche. Gut. Möge die Jagd beginnen. Aber ich schlafe doch gar nicht. Nein, das tust du nicht. Bitte, bitte. Lass mich anleben. Du brauchst ein Pflaster, Schäppchen. Was? Aha. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Okay. Danke. Gib das her. Was machst du da? Das gehört mir. Oh. Verrückter Nerd. Oh. Oh. Ich glaub, ich bin verliebt. Emily. Emily. Oh. Hilfe. Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Ich komme. Hey, ich fang dich. Fall in meine Arme. Na los. Das dauert ja ewig. Wo ist der denn? Zeit für neue Peek. Peek, rette mich. Hey, warte. Noch nicht fallen. Ich bin da. Alles okay? Ja, danke. Gern geschehen. Sie hat mein Leben gerettet. Ich sollte ihr sagen, dass ich sie liebe. Da ist sie. Okay, nächstes Mal vielleicht. Absolut umwerfend. Wer ist dieser Typ? Hey, Hübsche. Schau mal, was ich habe. Das wird dir gefallen. Es ist A-Positiv. Seltsam. Ich muss sie beobachten. Ich hasse Konkurrenz. Pass auf, wo du hinträtst. Sorry. Oh, Penner. Pass auf. Kann ich nicht leiden. Hi. Was trinkst du da? Was? Beruhig dich. Das ist nur Tomatensaft. Oh, Saft. Ich dachte. Oh, vergiss es. Ich dümmerchen. Wow. Deine Hand ist so kalt. Ich muss los. Ich muss ihr folgen. Stalker-Modus an. Was macht sie da? Zeit, mich frisch zu machen. Komm schon. Geh auf. Ja. Oh. Upsi. Das hat hoffentlich niemand gesehen. So viel Kraft. So viel Kraft. Mal sehen. Man nennt mich nicht umsonst 007. Sieht super aus. Ich sehe keine Unvollkommenheiten. Oh. Was? Oh. Entsprechender Busch? Ach, egal. Niemand da. Das war knapp. Moment mal. Emily verheimlicht etwas. Ich muss es herausfinden. Komm schon, Archie Holmes. Gib alles. Mal sehen. Die Wahrheit ist da draußen. Emily bewegt sich schneller als der Blitz. Sie hat unglaublich rote Augen. Ihr Lieblingscocktail ist Blut. Sie ist stark wie Hulk. Ihre Hände sind kälter als Eis. Wie hängt das alles zusammen? Ich muss gut nachdenken. Komm schon, enttäusche mich nicht. Ex ist gleich. Sie ist... Sie ist... Ein Vampir. Wie ist das möglich? Ich muss Nachforschungen anstehen. Google wer? Ich bevorzuge Bücher. Genau, was ich brauche. Ich hoffe, die Wahrheit ist hier drin. Das gibt's nicht. Emily hat mich schnell gefangen. Alles okay? Sie hat die Tür aufgebrochen. Upsi. Es war kein Kratensaft. Jetzt weiß ich alles. Das Geheimnis ist gelüftet. Ich sollte zuerst an meiner Koordination arbeiten. Oh Mist. Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Nein, bitte. Bitte. Nicht mehr so möglich, was? Lass ihn in Ruhe. Was ist nur los mit dieser Schule? Lass ihn in Ruhe. Du klingst mir nie. Wo bist du? Mädchen sind die schlechtesten Vampire. Ich werde dir zeigen, was Mädchen alles können. Was machst du da? Geh dich gar nichts an. Bitte tun mir nicht weh. Bitte. Ähm, hey Nerd. Alles okay? Ja. Super. Bis dann. Emily. Wie bekomme ich Ihre Aufmerksamkeit? Ich weiß es. Ich will Sie beeindrucken. Das Wichtigste zuerst. Ich muss aussehen wie Edward Cullen. Versuchen wir das hier. Oh, fühlt sich falsch an. Ende wir es. Oh. Versuchen wir was anderes. Mein Ziel ist der eines E-Boys. Schwarze Hemden stehen mir gut. Ich bin ein Fashionista. Hoch-Po-Probleme. Ein paar Sekunden und die Jeans sind an. Machos tragen Joker. Was für ein Armband. Oh. Wow, ich bin der Herr der Ringe. Letzter Schritt. Das Make-up der Nacht. Jetzt bin ich bereit. Hier, hier. Ich bin ein Vapir. Versteckt eure Hälse, Mädels. Hallo, Süße. Hi. Du siehst voll cool aus. Sehe ich aus wie ein Vapir? Wärst du gerne einer? Ja. Wie du willst, Schätzchen. Ich habe eine bessere Idee. Meine Power. Ich verliere sie. Danke. Tschüss. Ich bin wieder ein echter Mensch. Oh, mein Kopf. Ich bin echt durstig. Ich brauche diese Flasche mehr denn je. Wer wird es also sein? Du nicht. Ach, ich? Oh yeah. Okay. Das ist richtig. Mach dich bereit, Baby. Warte mal. Schau dir das an. Weißt du, was dieser Kuss bedeutet? Das war heftig. Irgendetwas passiert in mir. Schau dir meinen Bauch an. Ich bin schwanger. Nein. Ich habe es dir gesagt. Was habe ich nur getan? Weg da. Kinder. Ach du meine Güte. Ist das ein... Oh, bitte. Sag Mama nichts. Das ist schrecklich. Bitte, behalte es für dich. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir sind zu Hause. Oh nein. Bitte. Du musst was unternehmen. Okay. Das wird alles nicht funktionieren. Es sei denn... Warte. Pizzakarton. Chloe. Was ist hier denn los? Oh, schau. Oh, wir spielen simpel-dimpel. Oh, ja. Räumt auf, wenn ihr fertig seid. Oh, das war knapp. Oh, ich muss mal ins Bad. Oh, Mann. Oh, endlich. Das ist mit Sicherheit zweilagig. Oh, ja. Das ist schön. Sie ist fertig, was? Nun, ich nicht. Ich glaube, es ist wieder Zeit zu pinkeln. Yay. Oh, das gibt's nicht. Schon wieder? Das ist einfach lächerlich. Und nochmal. Fertig. Was? Das soll wohl ein Scherz sein. Oh, fast kein Papier mehr. Oh. Oh, ich explodiere gleich. Ich hab's gleich. Ist da jemand drin? Werde ich jemals hier rauskommen? Ich glaube, ich bin fertig. Oh, das bin ich wirklich. Endlich. Butler. Warum hast du so lange gebraucht? Ernsthaft? Warum hast du nicht die hier verwendet? Siehst du? Denk dich schlank. Denk dich schlank. Oh. Ich kann nichts sehen. Geh einfach zur Seite, ja? So frustrierend. Es sei denn, ich hab's. Es gibt nichts über einen kleinen Perspektivwechsel. Oh. Nun, das ist nicht gut. Was? Oh mein Gott. Ich bin so dick. Das ist unfair. Aber warte. Ich weiß, wie ich ein paar Gründe loswerde. Ist das besser so? Ah, da. Das ist eine Zahl, mit der ich leben kann. Viel besser. Endlich. Ich bin erschöpft. Oh. Was? Hey. Warr auf. Komm schon, Mami. Was ist los? Okay. Ich bewege mich. Warum entspannst du dich da drin nicht einfach? Komm schon. Oh, das funktioniert so nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin so müde. Aber es gibt eine Sache, die ich noch nicht ausprobiert habe. Das war's. Ich lerne endlich, wie man schwimmt. Ich hoffe, ich habe genug Schaum gemacht. Das gibt's nicht. Es ist perfekt. Okay, ich gehe rein. Ein Schwimmring. Wo ist er hin? Ich brauche den mehr als du. Endlich. Oh, was? Oh, Schätzchen. Oh, meine Augen. Äh, Mama? Ohne die kann man nicht schwimmen. Hey, gib das zurück. Äh. Oh, hi, Mama. Nun, sieht aus, als käme ich zu spät. Viel Spaß. Meine Hormone arbeiten eindeutig auf Hochtouren. Aber diese Haare müssen weg. Aber wie soll ich da rankommen? Oh. Ich habe eine bessere Idee. Ich brauche nur eine zusätzliche Hand. Oder zwei. Hey. Oh, was ist das? Du musst meine Beine rasieren. Hm. Oh, danke. Schätzchen. Was in aller Welt? Hm? Oh, äh. Hallo, Mama. Was? Ich will es gar nicht wissen. Hm. Oh, das war knapp. Oh, wir sind fertig. Und was ist das alles? Ich habe wohl ein paar Stellen übersehen. Wachsen ist die bessere Entscheidung. Im Handumdrehen bist du glatt wie ein Babypopo. Mach dich bereit. Meine Haut. Es brechst. Diese Wurzeln waren tief. Aber es hat funktioniert. So, perfekt. In der Tat, du bist bereit. Gute Arbeit. Oh, aber es fehlt noch das komplette zweite Bein. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Oh, ja. Oh, oh, ja. Ich bin hungrig. Oh, Alfred. Ich brauche dich. Ich bin da. Und ich habe deinen Lieblingssnack. Oh, wow. Du weißt immer, was ich brauche. Ist das Käse? Ich glaube nicht. Ekelhaft. Nein. Mein schöner Snack. Worauf habe ich Lust? Wie warst du ein bisschen von allem? Ich brauche auf meinen Magen. Und ich will alles. Salzig und süß. Okay. Ganz viel Süßes. Gurken. Natürlich mit Schokolade überzogen. Das ist ein unglaubliches Sandwich. Und es gehört alles mir. Guten Appetit. Genau, was ich wollte. Sie wird das essen? Oh, das ist kalt. Kannst du mit diesem Zeug das Baby sehen? Keine Sorge. Alles sieht gut aus. Äh, Schwester. Was ist das? Oh. Hey. Was machst du da? Ich kündige. Sie kommt. Keine Sorge, Fräulein. Ich helfe dir. Und es ist Zeit zu pressen. Oh je. Ich hätte nicht hinschauen sollen. Nicht du. Ich schätze, ich bin auf mich allein gestellt. Ich bin hier. Keine Sorge, Chloe. Ich helfe dir. Das glaube ich nicht. Du. Verräter. Äh. Ah, hier. Nein, nein. Bitte, bitte. Tu das nicht. Ich hab's. Wo ist ihr Gesicht? Kutschikutschik. Oh. Oh. Sie ist wieder da. Oh. Sie haben ein Mädchen. Ähm. Ein Vampirmädchen. Oh. Oh. Vielen Dank. Hi, Mami. Oh. Was? Oh. Ähm. Kam raus. Er ist ein kleines süßes Monster. Zeit zum Essen. Wieder verfehlt. Ekel. Oh. 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 Versuchen wir es mal mit was anderem. Oh. Oh. Ich bin ein blutiger Anfänger. Aber ich weiß, wie ich es etwas süßer machen kann. Oh. Oh. Diese Farbe wird dir sicherlich besser gefallen. Mal sehen, ob das klappt. Willst du jetzt? Oh ja. Her damit. Oh. Oh. Service-Mädchen. Zeit zum Schlafen. Träum süß, Gruffi-Prinzessin. Sie schläft wie ein Engel. Oh. Mit Reißzehen. Oh. 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 Was soll ich tun? Oh. Ich hole dir dein Spielzeug. Also. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Hallo, Chloe. Oh. Oh. Okay. Okay. Nächstes. Was habe ich mir da nur eingebracht? Oh. Schau. Es ist blue. Oh. 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 Letzte Chance. Oh. 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 Das gefällt dir. Okay. Magst du das? Ja. Ich habe Durst. Hallo, Süße. Schon wieder. Oh, Süße. Ich habe was für dich. Schau mal. Hab keine Angst. Es beißt nicht. Danke, Mama. Habe ich ein hübsches Lächeln? Danke, Mami. So süß. Mami ist jetzt ein kleines Snack. Schätzchen. Was? Geht gar nicht. Ich bin müde. Fast so gemütlich wie der Sack. Wow. Wow. Was ist das? Ich dachte, den Pokémon gibt es nicht. Wow. Schläft sie schon? Wo ist sie? Was? Wer gewinnt jetzt? Hey. Ähm. Hallo, Mama. Hi. Du bist dran. Okay. Alles ist gut. Schachmann. Scherz. Oh. Scherzchen. Aufwachen. Zeit für die Schule. Nein. Oh. Hm. Du hast es so gewollt. Okay. Okay. Aufwachen. Oh. Oh. Ich dachte, nein. Lass mich in Ruhe. Oh. Hm. Gut. Dann muss ich schwere Geschütze auffahren. Der Staubsauger. Oh. Oh. Noch fünf Minuten. Bitte. Oh. Oh. Hm. Okay. Noch fünf Minuten. Hm. Noch fünf Minuten. Hm. Was? Oh. Na gut. Ich hasse das. Zeit für die Schule, Baby. Hm. Okay. Ich ziehe aus, wenn ich hundert Jahre alt bin. Hm. Was steht da? Hm. Was? Willst du mich veräppeln? Oh. Upsi. Egal. Ich hole nur schnell meinen Lippenstift. Ich werde Mama einen Streich spielen. Dieser Streich wird genial. Sie ist eine starke Frau. Keine Sorge. Sie kann das verkrassen. Ich bin so weit. Ich schleiche mich an das Opfer ran. Oh. 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 Was? Was? Oh. Hey, Mama. Was? Wow. Was ist denn? Ich sehe umwerfend aus. Knoblauch. Oh. Ich bin eine echt schreckliche Mutter. Aber ich liebe Schreiche. Chloe. Ich habe dir ein Steak gemacht. Oh. Danke. Ich werde direkt zubeißen. Zubeißen. Oh. Oh. Das ist irgendwie witzig. Oh. Oh. Was? Oh. Wer? Mein Streich. Wer? Welch? Übrigens. Oh. Ich habe was für dich. Für Chloe? Was? Snowblau? Was? Du! Was ist nur los mit dir? Reingelegt. Nun, ich habe wirklich was für dich. Bist du sicher? Ja. Ist das echt? Draculas Party? Mama? Gern geschehen. Ich freue mich so. Kinder, Minecraft Bastelrezepte. Ich bin bereit. Bereit für was? Um deine Mami zum Bein zu bringen. Komm her. Wie, Marz? Kleine, habe ich dich etwa so erzogen? Mami, hilf dir. Versuchen wir das. Und das. Nein. Schau dir das an. Was soll das? Dein warmes Outfit. So, jetzt kannst du gehen. Los. Viel Spaß. Lecherlichste Vampir aller Zeiten. Oh, ich habe eine Idee. Wer ist das denn? Setz deine Mütze wieder auf, junge Dame. Sofort. Okay, Mama. Okay, Mama. Sie ist wieder auf. Tschüss. Hey. Ich habe es. Ich bin bereit. Los geht's. Wow. Weg da. Gib mir aus dem Weg. Weg. Aha. Hey. Hi. Oh. Hey du. Sieht irgendwie aus wie meine Mama. Aber auch so hübsch. Ich verstehe, Baby. Oh, du stinkst. Was? Spürst du das? Aber das gefällt mir. Ich bin so glücklich. Ich erkläre euch zu Mann und Frau. Sie sind Papiere. Wow. Klasse Kumpel. Hey, Leute. Oh, hi. Machen wir Hochzeitsfotos. Oh. Sag Cheese. Ja, ich will das Tier in euch sehen. Ja, ja. Tolle Pose. Super. Schauen wir es mal an. Oh, mal sehen. Was? 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 Oh, keine Sorge. Ich habe eine Idee. Und jetzt. Oh, nein. Warum? Nun, so ist es besser. Zack, Buffy. Ja, zack. Eine Leidenschaft und Herz. Ja. Ha, toll. Schau dir her. Wow. Wow. Ja. Das ist viel besser. Und jetzt. Wer hat Hunger? Oh, du hast es nicht vergessen. Wie könnte ich? Happy Birthday, mein Schatz. Ah, lecker. Was? Reingelegt. Du kaltelte Fledermaus. Hier werde ich es zeigen. Ich muss los. Du solltest besser rennen. Ich glaube, das reicht. Finde ich auch. Du bist so still, Schatz. Tu mir so leid, Schatz. Oh, das ist meinst du ein Furt. Ich kann das besser. Ich liebe dich, Schatz. Oh. 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 Eine Reise in die Vergangenheit. Es ist, als wäre alles erst ein paar Minuten her. Oh. Oh. Oh, das bin nicht ich. Komm schon. Was ist los mit dir? Ich blutige Anfänger. Blut, sagst du? Wow, Schatz, Schatz, Schatz. Ich habe eine Idee. Kreativität fließt in meinen Adern. Ich sollte meine Worte sorgfältiger wählen. Schönes Ergebnis. Hier ist dein Frühstück. Gern geschehen. Ich muss aufs Klo. Ein Code-Rot-Notfall. Warte, Code-Rot ist für Hunger. Das hier ist eher Code-Braun. Das ist so kalt. Beine Sorge, Schätzchen. Ich bin für dich da. Wir werden das ändern. Das nenne ich mal einen Poppel-Dregen. Entschuldige das Chaos. Und jetzt? Steh auf. Nur das Beste für meine kleine Fledermaus. Das ist nicht nur eine tolle Dekoration. Es hält auch den Hintern schon warm. Und das Letzte. Wunderschön. Komm, setz dich. Wow. 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 So weich. Danke, Daddy. Und jetzt raus hier. Oh, entschuldige, Schatz. Ich sagte raus hier. Geh schon. Yeah. Oh, jetzt ist es warm. Oh. Schätzchen, alles okay? Ja. Wow. Was ist das? Entspann dich, Dad. Ich esse doch nur Obst. Das ist doch nur eine Erdbeere. Puh. Nur eine Erdbeere. Was hast du da zwischen den Zähnen? Zeig her. Oh. I, komm, wir putzen sie. Ich hab was für dich. Tada. Oh, keine Panik. Es ist nicht so hell wie Tageslicht. Sag A. Nein. Hey. Wow. Versuch doch, mich zu fangen. Wo ist sie? Nein, nein, nein. Ich bin zu schnell für dich. Ich habe einen Plan. Nein, nein. Wo ist der? Hey. Hallo, Schätzchen. Das ist nicht fair. Sag A. Warte kurz. Und es ist soweit. Wie cool. Das ist schon viel besser. Ich muss los. Warte. Okay. Nein. Edward. Geh nicht. Mein Bauch tut immer noch weh. Ich habe echt Hunger. Ich muss was zu essen finden. Möge die Jagd beginnen. Die Beute versteckt sich. Mal sehen. Auch nichts. Hier vielleicht. Moment mal. Aha. Bingo. Möge das Fest mal beginnen. Dich liebe ich. Nein. Was tust du da, junge Dame? Du solltest dich gesund ernähren. Was? Was? Hä? Gesundes Essen. Oh Mann. Niemals. Oh. Oh. Ups. Das ist meine Chance. Du gehörst mir. Oh. Nee. Ich muss erst mal dieses eklige Zeug loswerden. Oh. Alles klar. Jetzt oder nie. Komm. Schnapp sie dir. Oh. 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 Glück in Form von Süßigkeiten. Du. Oh. 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 Das ist gesundes Essen. Das war ein harter Brocken. Ich muss nur. Autsch. Das war ein harter Brocken. 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 Vielen Dank.